Was geht ab, meine Freunde? Welcome back to the Knuddles Channel. Heute mal, ich meine, komm, wie oft habe ich schon Jokes über knuddles.de gemacht? Wir schauen heute das Experiment, wie sicher ist knuddles.de? Ich habe vorhin gefragt, wie viele Leute Knuddles kennen. Falls ihr es nicht kennt, ja, das war die OG Social Media Plattform für Kinder. Also, oder, ist schon für Kinder, oder? Oder, sagen wir mal so, für Jugendliche gewesen. Da haben wir damals drauf getrollt, mit elf Jahren. Aber da waren natürlich auch sehr viele Leute, die da nicht ganz so, ja, optimal auf der Plattform unterwegs waren. Und ich schätze mal, darum wird es jetzt gehen. Was geht ab, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video. Heute mit einem sehr emotionalen Thema. Sag ich es mal. Oh mein Gott, ich bin so gut in Fahrt und dann sagt er, ich sneak mich rüber. Und zwar ist der Hintergrund folgender. Ich habe in der letzten Zeit beim Streamen immer mal Videos von Nick Hain gesehen. Nick Hain macht eine Gruppe, also er macht Videos mit einer Gruppe von Menschen, die anderen Menschen versuchen, auf die Schliche zu kommen, während sie Kontakt aufbauen. Also, diese Menschen, denen, die auf die Schliche kommen wollen, bauen Kontakt auf zu Minderjährigen. Und schreiben dann mit denen und haben nicht so gute Absichten. Ich meide an der einen oder anderen Stelle ein paar Wörter, damit dieses Video nicht werbeunfreundlich wird. Denn ich möchte, dass so viele Menschen möglicherweise dieses Video sehen. Und als ich dieses Video gesehen habe, besser gesagt, diese Videos in den Streams, habe ich mir gedacht, ist es wirklich so einfach, jemanden mit einer schlechten Absicht zu finden? Ist das Internet wirklich voller Menschen? Ich glaube nicht, dass das Video voller Menschen ist, die so sind. Aber ich glaube, dass der offensichtlichste Treffpunkt für solche Leute eben genau sowas ist wie Knuddles. Knuddles? YouNow? YouNow, falls ihr das kennt, das ist auch so eine Streaming-Plattform. Da haben auch immer voll viele Kinder und sowas halt gestreamt. Keine Ahnung, was es noch gibt. Weiß ich nicht. So, aber ich... Keine Ahnung. Die eben... Ich schätze mal, das sind auch Leute, die nicht wirklich viel im Internet rumkursieren. Deswegen ist das so die erste Anlaufstelle so. Sind. Und ich habe gesagt, ich mache den Selbsttest im Stream live. Und wollte mir... Abo-Hotel. ... ein Account erstellen auf Knuddles. Denn da sollen anscheinend solche Menschen sich rumtreiben. So. Ich habe meinen Account gemacht, habe meinen Namen ausgesucht. Und da wurde schon direkt gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also wenn ich zum Beispiel 2011, 12, 13 sowas in den Namen reingeschrieben habe, dann hat Knuddles das sofort blockiert. Weil die wussten, okay, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf ein Geburtsdatum und das ist dann ja von einer minderjährigen Person geht nicht. Später habe ich dann rausgefunden, dass man mindestens 16 sein muss. Aber auch 16-jährige Accounts werden direkt dort gesperrt. Also so die Erfahrung hatte ich gemacht. Da ich dieses, du darfst nicht rein, erst am Ende gesagt bekommen habe, nachdem ich meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlegt habe, konnte Knuddles auch sicherstellen, dass mit dieser IP, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sich kein anderer registriert. Egal was ich dann gemacht habe, wie ich versucht habe, das zu umgehen, da kam immer wieder die Meldung, nein, du bist zu jung. Da siehst du aber auch, wie oft das passiert und was für Vorkehrungen die getroffen haben. Weil früher, wo ich auf Knuddles war, also 2010, 2011 oder so, da waren eigentlich nur so 11, 12-Jährige, klar, auch mal so ein 16-Jähriger oder so. Das waren ja damals alte Leute für mich. Und da muss man Knuddles erstmal sagen, Hut ab, ihr macht gute Arbeit an dieser Stelle. Aber das ist natürlich nicht alles, denn du kannst nicht zu 100% jemanden schützen. Auch wenn Knuddles da eine viel bessere Arbeit ans Tageslicht legt als viele andere. Aber ich habe nicht aufgegeben. Einen Tag nach dem Stream habe ich mich an den PC gesetzt und ich bin auf knuddles.de gegangen. Ich habe versucht, mich erneut anzumelden, erneut als eine weibliche Person, diesmal 19 Jahre alt. Warum? Damit ich eben nicht gesperrt werde, wie es davor passiert ist. Der Name diesmal Franzi Michel. Ganz einfach, der Name war auch frei, den habe ich dann auch nehmen können. Im Anschluss musste ich mich natürlich authentifizieren. Ich habe eine E-Mail-Adresse und eine Telefonung, die auch tatsächlich existieren, habe alles bestätigt und dann war ich drin. Und dann musste ich mich um ein Profil kümmern. Also habe ich so ein Cartoon. Das schaut ja voll anders aus, ne? Und dann war ich drin. Das ist mir komisch, 10 Jahre später. Aber für die Leute, die Knuddles kennen, das hat, oder hat das damals so ausgeschaut? Ich weiß es nicht mehr. Nein, 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 nein. Das hat ganz anders ausgeschaut. Also Knuddles ist wirklich eine sehr, sehr alte Plattform und ich war sehr, sehr lange nicht mehr drauf. Aber, ja, ist witzig. Ich mich um ein Profil kümmere. So ähnlich, oder? Also habe ich so ein Cartoon-Foto aus dem Internet als Profilbild genommen und habe das Profil aufgesetzt. Ihr seht es, der Name Franzi, beziehungsstattung Single, Hetero, Hobbys schwimmen und YouTube gucken. So, ganz frisch angemeldet und ab in den Chat. Ihr könnt es euch vorstellen, es hat nicht eine Minute gedauert, da sind die ersten Nachrichten schon eingetroffen. Was? Ich habe geguckt, da waren zwei, die waren 34, einer war 17, einer war 22 und eine 24-jährige Frau. Ich meine, nochmal, er ist jetzt 19 und das ist ja dann theoretisch und darfst das ja machen, aber trotzdem, what the fuck, eine Minute? Ich habe mir die Profile angeschaut und ich habe gesehen, dass einer der 34-Jährigen schon seit über 10 Jahren dort registriert ist. Er hat über 21.000 Online-Minuten, ist Feminin-Mitglied, 23 Monate Stammi. Stammi bedeutet, dass er regelmäßig im Monat online war, involgen, 23 Monate lang. Hat Knutschwecken, hat Rosen, hat sogar Mentorenpunkte, das heißt, der hat neue Nutzer eingearbeitet. Also war ein Mentor von denen. Und mit diesem Herrn, 34 Jahre alt, habe ich mich unterhalten. Er fing an, er hat geschrieben, hey, ich habe darauf mit einem ganz simplen Hey geantwortet. Ich habe mich versucht, so gut es geht, in die Situation, also in die Gedankenwelt eines jüngeren Mädchens zu versetzen, ist es natürlich relativ schwierig. Aber so, ich habe versucht, mich, ja, ich habe versucht, nicht auf große und kleine Schreibung zu achten. Ich habe versucht, Jugendsprache zu benutzen, mich kurz und knapp zu halten, weil ich den Anschein erwecken wollte, dass viele mir schreiben, dass ich viel beschäftigt bin mit den Chats. Und so ging es dann weiter. Er hat dann gefragt, wie geht's dir? Ich antworte, geht so, ne? Oder der ist seit 10 Jahren auf Knudels und das ist seine Pick-up-Line. Wie gesagt, Jugendsprache, mit N-H abgekürzt. Er schreibt sehr gut, woher kommst du? Das ist schon der erste Moment, wo, ich sag mal, so eine Privatsferienlinie überschritten wird. Es wird nach dem Wohnort gefragt. Und ich habe darauf geantwortet, das will ich nicht sagen, ich kenne dich doch gar nicht. Er antwortet daraufhin mit, aber wir können uns ja kennenlernen, ich bin der ... Smiley. Da dachte ich mir, okay, er denkt, ich bin 19, er ist 34. Noch, Butter bei die Fische, immer noch creepy, aber okay. Aber kann man durchgehen lassen. Ich schreibe, ich bin die Franzi. Er fragt mich, was magst du denn so? Daraufhin habe ich geantwortet mit, was meinst du? Es könnte ja sein, dass er jetzt hier gerade auf Vorlieben anspielt. Es könnte sein, dass er meint, wonach suchst du hier, mit der Hoffnung, dass ich sage, nach einem Typen. Es könnte aber auch sein, was er meint mit, was magst du so, mit Hobbys oder so. Kann ja alles sein. Ich möchte erst mal neutral an die Sache ran. Ich antworte, ich spiele und chatte nur. Und jetzt wird die zweite Linie von dem Herrn durchbrochen, also die Privatsferienlinie. Denn er sagt, magst du vielleicht auf WhatsApp weiterschreiben? Bin nämlich gleich unterwegs und muss offline. Ja, Mann, wahrscheinlich. Das siehst du, no front, wirklich gar kein front. Nein, er ist ja nicht mal so unglaublich alt. Jesus Maria, die Leute werden mich schlachten. Der ist 34, der ist nicht so alt. Aber gerade, ich stigmatisiere jetzt eindeutig. Ältere Menschen sind oft so, dass sie glauben, dass sie glauben, sie haben so unfassbar viel Riz, wenn sie reingehen und so sagen, hey, was machst du gerade, dies, das, ja, lass auf WhatsApp schreiben. So, das funktioniert halt so nicht. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist halt die Frage, hat er das gemacht? Hat er sich darauf eingelassen? Was ist der Trick hier? Wirklich, die Chats, Junge. Das war halt 1915, 1917, 1919. Gibt es da so irgendwie so neue Benutzer und der sitzt da die ganze Zeit drinnen seit zehn Jahren und aktualisiert die ganze Zeit? Yo, hey, was geht? Hier, magst du auf WhatsApp schreiben? Magst du vielleicht auf WhatsApp weiterschreiben? Bin nämlich gleich unterwegs und muss offline. Den WhatsApp-Trick hast du auch gepullt, ja, aber nachdem wir irgendwie drei Wochen miteinander geschrieben haben oder so. Der Trick hierbei, er sagt, lass uns offline weiterschreiben und gib dir sofort einen Grund. Also du kommst gar nicht auf die Idee zu sagen, hä, warum, wir schreiben hier doch, weil er dir sofort den Grund mitliefert und dieser Grund ist auch noch mit einem Ultimatum verbunden. Ich bin gleich weg. Wenn du mit mir noch weiterschreiben willst, musst du auf WhatsApp weiterschreiben. Ja, aber das stimmt ja nicht. Und das ist eine interessante Taktik und auf die habe ich natürlich geantwortet, indem ich der Frage ausgewichen bin und habe gefragt, dafür muss ich dir aber meine Nummer geben, oder? Damit wollte ich indirekt sagen, ich vertraue dir noch nicht. Er hat klug reagiert. Er hat sofort versucht, meine Ängste zu nehmen, indem er antwortet, ja, aber keine Angst. Ich gehe sehr vorsichtig damit um. Bin schon seit zehn Jahren auf Knuddles und bin ein bestätigter Nutzer. Mit einem Smiley wieder. Darauf habe ich geantwortet, ich weiß nicht, ob ich Ärger kriege, wenn ich meine Nummer gebe, weil ich bin noch jünger. Jetzt habe ich zugegeben, mein Alter im Profil stimmt nicht, ich bin jünger. Seine Reaktion überraschend. Er sagt, das ist kein Problem, wie alt bist du denn? Und daraufhin habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe geschrieben, ich bin erst 13. Okay, 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 okay. Das war zu overkill, glaube ich. Ich glaube, 16 wäre gut gewesen. Das hätte ich vielleicht nicht schreiben sollen, denn ab dem Moment konnte ich mit niemandem mehr schreiben und das Profil wurde stillgelegt von Knuddles. Schon wieder an dieser Stelle sehr gute Arbeit geleistet. Knuddles, ich bin echt überrascht, also wie gut ihr das umsetzt. Aber was haben wir gerade gesehen? Achso, achso, achso. Er wurde direkt gesperrt quasi. Ich dachte jetzt, der Typ hat ihn gemeldet. Aber das ist wirklich, also, das ist, das ist, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das hätte ich nicht gedacht von Knuddles. Ein 34-jähriger Mann. Für ihn war es kein Problem, mit einem jüngeren, 19-jährigen Mädchen zu schreiben. Als er erfahren hat, dass das Mädchen noch jünger ist, wahrscheinlich auch also mit starken Andeutungen, dass man minderjährig ist, war es ihm immer noch, also war es immer noch okay für ihn. Er wollte die WhatsApp-Nummer, er wollte weiterschreiben. Jetzt muss dieser eine Mensch kein... sein. Er muss nicht. Aber es kann. Es ist möglich. Habt ihr gesehen, wie erschreckend es ist? Mit wie einfachen Mitteln die Leute heutzutage erfolgreich sein können? Das war mein erster Versuch. Und danach habe ich gesehen, wie viele Leute mir immer noch geschrieben haben. Nach dieser... Also, während ich hier mit dieser Person geschrieben habe, habe ich noch weiter die ganze Zeit Nachrichten bekommen. Nur, dass ich am Ende eben die anderen Chats, die ich auch aufmachen wollte, nicht mehr öffnen konnte, weil das Profil eingestampft worden ist. Was lernen wir daraus? Wir müssen extrem aufpassen auf unsere Kinder, auf unsere Jugendlichen. Gleichzeitig bin ich unfassbar enttäuscht von unserem Rechtssystem. Warum? Weil es wirklich heutzutage keine aktive Abschreckung gibt, um sowas nicht zu machen. Ich meine, was willst du dem Täter sagen? Hör bloß auf damit, weil im schlimmsten Fall kommst du mit einer Bewährungs- oder Geldstrafe davon. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist. Gibt es das bei uns auch, dass du, wenn du halt in diesem Strafregister drinnen bist, oder ist es nur in Amerika, dass du dann so, wenn du umziehst, mit deinem Nachbarn anklopfen musst, ja, in Österreich oder in Deutschland, ist ja egal, und dann sagen musst du so, ja, hallo, ich bin übrigens, na? Oder vielleicht gehst du mal ein Jahr oder zwei hinter Gittern. Weil das wäre zum Beispiel was Gutes. Weil das wäre zum Beispiel actually was Gutes, weil wenn ich jetzt irgendwo wohne und ich habe einen neuen Nachbarn und ich habe halt Kinder, dann weiß ich halt, ja, okay, ich sollte vielleicht drauf Acht geben, dass wir mit meiner Kinder draußen spielen. Datenschutz, ja, Datenschutz, Bruder. Ja, aber es ist halt irgendwo, irgendwo ist halt dann dieser Punkt erreicht, wo vielleicht der eigene Datenschutz dahingehend, dahingehend, äh, wichtig wäre, auf, also andere zu informieren, eben wenn du halt Kinder hast. Oder wenn du dann sagst, ja, du freust dich mit dem an und, ähm, und du sagst, ja, kannst du mal kurz auf die Kinder aufpassen oder so. Aber du weißt halt nicht, dass er so jemand ist und dann, äh, gefährdest du halt aktiv deine Kinder, ohne es zu wissen. Ja, Datenschutz ist wichtiger als Kinderschutz. Ja, das ist halt das Ding. Oder das ist zumindest in Gewinn. Ja, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Was ist denn mit den Opfern? Die müssen ein Leben lang damit leben, was denen angetan worden ist. Was die erlebt haben, was die gesehen haben. Ein Leben lang. Die haben quasi eine lebenslange Strafe und die Täter, Bewährung. Jetzt stellt ihr mal vor, ihr kennt die Videos von Nick Hain, er liefert die da bei der Polizei ab. Wisst ihr, was oftmals passiert? Die gehen am gleichen Tag, am gleichen Abend, gehen die nach Hause und warten dann auf die Verhandlung. Ist das in Ordnung? Habt ihr nicht gesehen, wie einfach? Stellt euch mal vor, ich hätte die Nummer gegeben. Also bei diesem Gespräch hätte ich nicht geschmeckt, ich bin 13, wir hätten Nummern getauscht. Und das wäre alles auf WhatsApp gewesen. Also ich sag mal, da, wo keine Regularien dann stattfinden. Drum wollt ihr die Nummer haben. Beschlüsselt, was du willst. Und stellt euch mal vor, diese Menschen treffen sich. Und es passiert sonst noch was. Drum wollt ihr die Nummer haben, weil er weiß, dass Knudels in diese Chats schaut, automatisch das erkennt. Es ist sehr einfach, heutzutage einen großen Schaden anzurichten. Und dieses Internet bringt natürlich viele positive Seiten mit sich, aber man muss auch extrem vorsichtig sein. Es kann nämlich Menschenleben komplett zerstören. Dementsprechend. Ich will nicht aus diesem Video gehen, in dem ich nur du, du, du sage, sondern ich habe natürlich auch Lösungsvorschläge. Ey Leute, lasst uns doch bitte versuchen, unsere Kinder so weit es geht zu sensibilisieren für diese Themen. Es bringt nichts, dass wir sagen, wir wollen den Kindern keine Angst machen. Es müssen eigentlich Videos gezeigt werden von sowas. Die Kinder müssen aufgeklärt werden. So wie sie Unterricht in der Grundschule haben, wo sie Sachen lernen, wo sie irgendwelche Hauptstädte lernen, so muss es eigentlich auch mindestens eine Stunde in der Woche etwas geben, wo den Kindern gezeigt wird, wie die sich schützen können gegen sowas. Was sie nicht machen dürfen, auf was sie achten müssen. Wie sie sich im Internet zu präsentieren haben. Privatsphäre, Datenschutz, Sicherheit im Netz. Das sind alles, das ist so verankert in unserem Leben und gleichzeitig so unreguliert. Also da ist so wenig Erziehung und Hilfe zur Erziehung. Und vor allem auch, warum du das machst. Wir hatten auch mal so einen Kurs in der Volksschule oder in der Grundschule, da heißt es in Deutschland. Und da haben die so quasi so ein Schauspiel vorgeführt, wo die eine, wo er so im Auto sitzt. Also der hat es so getan, als wäre das so ein Auto. Und dann ist sie so hergekommen und hat sehr zu dem Ball unabsichtlich so zu seinem Auto geschossen. Und er hat ihr dann seinen Daumen so gezeigt. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hat das irgendwie, sie war dann so, ah, ich weiß nicht, wie ich jetzt mit der Situation umgehen soll und dies, das. Aber ich habe das nicht gecheckt damals. Ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Weil sie es halt nicht so wirklich ausgesprochen haben. Klar, du kannst jetzt auch nicht deinem Kind sagen, yo, da gibt es Leute, die wollen dir das und das antun. Aber natürlich sagen dann, ey, dann steigen die zu Wimfrenten ins Auto ein. Aber du hast dann vielleicht auch nicht die Ahnung, so warum nicht so. Was soll denn passieren? Der ist ja voll nett zu mir und so. Und Hilfestellung dabei, also das ist meiner Meinung, Ja, klar kann man das sagen. Du musst es halt nur vorsichtig sagen, weil sonst, du willst jetzt dein Kind auch nicht traumatisieren, weil dann geht es durch die Welt und keine Ahnung, hat vor allen Menschen Angst und so. Und nach nicht richtig. Ich finde, das muss es geben. Wenn du das auch so siehst, kommentiere bitte unten, ob du meiner Meinung bist, ob du nicht meiner Meinung bist, ob du das jetzt gut fandest oder ob du sagst, das war jetzt eigentlich schlecht, was ich hier gemacht habe. Na, aber absolut. Ob du vielleicht auch anderer Meinung bist und sagst, die Gesetze sind viel zu hart und warum, dann wirst du wahrscheinlich geroastet in den Kommentaren. Wahrscheinlich. Lass bitte unbedingt ein Like da, um einfach die Arbeit zu honorieren, die ich hier leiste. Wer gibt da wirklich ein Dislike? Das ist die eigentliche Frage. Das war ein sehr, sehr wichtiges Video. Dass Knudels noch legal existieren darf, ist mehr ein Mysterium. Ja, es ist halt wirklich die Frage. Also Knudels macht mehr Arbeit dahingehend als jede andere Plattform. Du kannst dich auf Facebook genauso gut neu registrieren und kriegst wahrscheinlich dann auch irgendwelche Anfragen oder auf Instagram oder sonst was. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du auf Instagram in einer privaten Nachricht schreibst, ich bin 13 oder ich bin 12, ich schätze mal, Instagram ist ab 13, weil YouTube ist ab 13, wenn du dann schreibst, jo, ich bin 12, dass dann dein Account gesperrt wird. Und da ist Knudels wesentlich weiter vorne, aber wahrscheinlich auch genau aus dem Grund, dass sich exakt solche Leute dort wiederfinden. Das ist halt das Problem.